Es gibt Wochen, in denen dich eine Grippe umhaut, es gibt Wochen, in denen du vom Auto angefahren wirst und es gibt Wochen, in denen die Schule anfängt. In diesen Wochen stehst du am besten montags gar nicht erst auf. Gut, wollte ich auch gar nicht. Keiner will am ersten Schultag nach den Sommerferien aufstehen. Leider wusste meine Mutter das auch. Raus. Sechs Wochen lang hatte ich ausgeschlafen, alleine gefrühstückt und den Vormittag ganz gemütlich angefangen. Aber das war jetzt alles vorbei. Warum ist denn hier dauernd besetzt? Na, weil heute die Schule wieder anfängt. Ja, leider. So eine Scheiße. Basti. Alex, ich muss ins Büro. Falsche Tür, hier ist das Bar. Wollt ihr frühstücken? Das schaffe ich nicht mehr, Anke. Jetzt nicht mehr. Na toll, kaum geht die Schule wieder los, ist alles so chaotisch wie immer. Ich muss halt weg. Ja, ich auch. Ja, und ich nicht? Ja, die Schule ist eben scheiße. Na, dann sind wir uns ja alle einig. Genau. Ja, dann sind wir uns ja alle einig. Ja, dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020